Auf an die Städtli-Fasnacht am nächsten Sonntag in Willisau. Es geht an um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst mit Narremess in der Fahrkirche. 11 Uhr, Start des Guckenmusik-Auftritt, halb 2 Uhr, Einzug der Zünft, Gucken und Gropen, anschliessend um das Fasnacht zu treiben im Städtli. Und am 05.00 Uhr ein Ballonwettbewerb auf dem Kirchenplatz. Kommen wir hier nach Willisau.